T-Shirts, Fotos, Autogramme, dieser Mann ist gefragt. Torge alias Fresh Haltefolie auf dem Videodate 2012 in Köln. Ein Internetstar zum Anfassen, dessen selbst gedrehte Comedyclips innerhalb der YouTube-Gemeinde zum absoluten Hit avanciert sind. Die zwei Feder sind von drei unterschiedlichen Kindern. Drei Scheiße. Und der Oskar für das most boring animal geht zum Donki. Sascha! Sascha! Sascha, komm mal hier, ich bin's! Sascha! Torge beglückt seine Fans jeden Samstag mit einem neuen Video auf seinem Kanal Fresh Haltefolie. Dafür feiern sie ihn. Durch millionenfache Klicks, durch Zuspruch in den Videokommentaren und natürlich auf dem Videoday selbst. Der bescheidene junge Mann hat viele Gesichter, gleichzeitig jedoch nur das allernötigste Equipment. Weil diese Videos, die ich mache, sind ja wirklich ganz einfach gemacht. Also wirklich mit dem Camcorder nur sitze ich da zu Hause und denke mir was aus. Und wie die Leute dann einen so abfeiern, ist schon echt verrückt. Echt ganz komisch. Auch Torges Eltern sind auf dem Videoday in Köln dabei, verkaufen Merchandise-Artikel für ihren umjubelten Sohn, der, so erzählen sie, einen angeborenen Hang zur Komik hat. Er ist eigentlich schon im Kindergarten angefangen. Was hat er da gedreht im Kindergarten? Gedreht hat er da noch nichts, aber Comedy gemacht, Witze gemacht, Theater gemacht, eigentlich schon immer. Die 63 Millionen Videoaufrufe auf seinem Kanal sorgen durch die damit verbundenen Werbeeinnahmen für ein solides Einkommen. Im Unterschied zu vielen seiner YouTube-Kollegen verlässt sich der junge Mann aus dem Norden der Republik jedoch nicht vollständig auf seinen Online-Ruhm. Seiner Arbeit als Erzieher geht er weiterhin nach. Das hält einen ganz gut auf den Boden, wenn du dann mit Kindern arbeitest. Das ist ganz cool. Kennen die deinen Kanal? Einige. Die vierten Klassen kennen das, aber die anderen kennen das nicht. Torges Traum. Alles soll so bleiben, wie es ist. Träume von einer eigenen TV-Show, wie sie andere YouTuber hegen, hat er nicht. Was zunächst sehr bescheiden klingt, könnte jedoch ein cleverer Schachzug sein. Denn, da sind sich auf dem Videoday alle einig, die Zukunft des Bewegtbilds gehört dem Netzvideo.